eine gute nachricht freunde das nächste träger kg hörspiel steht in den sogenannten startlöchern und wird somit noch diesen monat erscheinen ich hätte sehr gerne früher geliefert aber es ist doch jedes mal mehr arbeit als man denkt passt auf verarschen kann ich mich alleine von wegen dass es hatte arbeit fresseklößchen also neben altbekannten charakteren wie dem dicken gabi karl oder tarzan für sie immer noch tim genannt tim mit ganz wichtig sorry tim natürlich erwarten euch auch neue spannende charaktere mit der ein oder anderen bekannten stimme schalom und salve meine lieben internatsschüler ich freue mich sehr ratatatata macht die gelzellmaschine alter mehr will ich jetzt aber noch nicht spoilern ich bitte also noch um ein klein wenig geduld denn am 30 ersten das ist ein sonntag können wir alle zusammen die premiere feiern und ich freue uns auf euch ich hoffe ihr erscheint zahlreich und falls es nicht klappt könnt ihr euch das ding natürlich jederzeit auf diesem kanal hier anhören danke für eure aufmerksamkeit und noch größeren dank für eure treue wünscht euch euer dankender diener